Moin moin und willkommen zurück! Jetzt geht's so weiter, dass wir die... Ja, diese Symbole-Noten entschlüsseln. Und ich hoffe, wir schaffen es jetzt in einem Zug mal das Finale zu erreichen. Ich bin nämlich echt gespannt, was dann noch alles so passiert. So, wir waren ja schon lange nicht mal hier. Wir sollten nach unten, wenn ich mich nicht irre. Kann man denn Schnellreise machen? Ja, sehr gut. Achso, also hier müssen wir rumlaufen. Okay, das war... Wir gehen jetzt nach links. Und kommen da an. Ja, ich glaub ja, ne? Ja. Gut, dann los. Kann man da dran vorbeilaufen? Ja. Ist dann auch gut, dass jetzt hier nicht allzu viele... ...allzu viele Wachen rumstehen. So, ich denke mal nicht, dass jetzt was mit Ruffy hier zu finden ist. So, theoretisch müssen wir jetzt die Abkürzung hier benutzen können. Weiß aber jetzt nicht, wie nah wir jetzt dran sind. Ja, jetzt das Problem müssen wir jetzt... ...weiter runter oder müssen wir hoch? Na, gucken wir mal. Schön, dass er mich richtig... äh... so richtig ignoriert. Ja, da kann der Chopper durch. Guck mal, gucken wir uns das erstmal an. Gehen wir erstmal runter. Huch. So. Jetzt sind wir hier. Alles... Ah, alles klar. Wir sind richtig. Ach, das war genau da, wo... äh... ...Rubin ihre Fähigkeit lernte. Okay. Ach ja, stimmt. Alle Tore sind automatisch wiederhergestellt worden. Klar. Das darf ich ja nicht vergessen. Genau, hier. Ja, dann müssen wir gleich zum Marineford und danach mal Dressrose hin. Ja, ja. Okay. Ja, das darf ich ja nicht vergessen. Ah, gut. Na, da bin ich mal gespannt. Nein, das ist der Fall. Wie ist das, Rimo? Geh bitte, bitte. Das ist der Tag der救en. Ah, was ist das? Das ist eine Wartung. Es ist wirklich eine Art Lübber? Es ist eine Lübber der Lübber. Aber ich habe nicht lange lange Lübber singt. Ich habe mich nicht verletzt. Ich kann mich nicht verletzen. Das war's für mich. Ja, Rimm! Brock, du hast eine solche Hatsache gehabt? Du bist die Melodien des Rimm-Sans der Lippen, ja? Nein, das ist die Lippen! Danke, Brock! Johohohoho! Ich bin dumm! Okay, das ist alles zu machen! Adio, warte, ja! Gehen durch den Turm zu Adio. Kann aber sein, dass er gleich trotzdem noch mal ein Rätsel kommt. Wer weiß das schon. Folge Leben. Ja, machen wir. Oh, Rimm ist noch nicht. Alle, schnell, schau dir. Okay, wir laufen noch ein bisschen. Na, kommt erstmal so ein Miniboss hier vielleicht. Oh, zwei Würfel. Oh. Oh. Schön, dass man ehemalige Bosse platthaut jetzt. Auch nicht schlecht. Aber die sollten ja jetzt kein Problem darstellen. Was macht Lysop denn da? Den habe ich doch gar nicht eingeladen. Naja. Also auf einem 37.000 sehr erfolgreich dann, wenn es dann mal dazu kommt. 25.000, ja, kommen dann nochmal die. Oh, sie leben noch. Interessant. Sehr interessant. Die haben es überlebt. Ja, Chopper hat zwar nicht so viel. Aber wir können ja trotzdem mal kurz mal mit ihm spielen. Wieso geht das denn nicht? Ach. Dafür muss man dann extra mal Monster Point benutzen, damit das denn geht. Okay. Aber so hat er jetzt echt nichts auf alle, wa? Okay, okay. Sanji? Na, was steckst du? Was hat das Hell Memories? Ja, dann gehen wir mal los. So, erledigt. Na komm, das reicht schon. Nee, reicht nicht. Hat nicht gereicht. So was war auch. Ja, aber das reicht jetzt. Ja, das war jetzt gut. Man merkt einfach, wie stark man geworden ist. Also, ne, die richtigen Kämpfe, ja gut, vielleicht sind sie jetzt auch noch ein Ticken schwächer, aber trotzdem, man merkt einfach, was für Stärke man zugelegt hat. Einmal so aus Neugierde. Gibt es hier vielleicht was? Sieht nicht so aus, nein. Oh, jetzt kommen gleich wir zwei Gegner. Wahrscheinlich. Ja, zwei auf jeden Fall. Na, wer kommt jetzt? Crokodile und noch jemand vielleicht? Nein! Äh, doch! Oh! Ja, das sehe ich aber auch so eine ziemlich gewöhnliche Kombination, aber auch übel. Zwei der sieben Sommerreis, ja. Oh, je. Das wird ja jetzt interessant. Ja, stimmt. Ja, ja, richtig. Na, dann wollen wir mal. Also, ich bin dafür, dass der erstmal eine Gezwiebel kriegt. Oh, nur 18.000, das ist mein stärkster Angriff, weißt du? Was hat der denn für eine Verteidigung? Ey, heftig. Ja, Zorro legt sich jetzt mal schlafen, wunderbare Sache. So, den... Oh, wir haben nichts mehr. Gut, dann greifen wir erstmal an. So, jetzt kriegen sie nochmal einen Blitzschlag hinterher. Sehr gut. Der ist erledigt. Nee, Nami macht das. Und wiederbeleben. Wiederbeleben. Da. Sehr gut, er greift nur nochmal an. So, Zanti macht das auch. Wunderschön. So, und jetzt bekommst du die Attacke einmal ab. Unfassbar. Was für eine Verteidigung, heftig. Aber er legt die trotzdem hin. Tach, nicht schlecht. Gut, da es nochmal Würfelfragment gab, verteilen wir nochmal ganz schnell. Oh, da. Denn kann es vielleicht nochmal vorkommen, dass doch nochmal was verbessert wird? Weil ich habe einen übrig. Das ist nicht richtig. Also, na, wir lassen uns mal überraschen. Oh, schön. Okay. Oh, ja, das stimmt. Jetzt kommen drei. Na, da bin ich mal gespannt, was jetzt kommt. Oh, oh. Ganz komisches Geräusch. Na, na, na? Oh, nein. Oh, Gott, nein. Ah, toll. Das wird jetzt richtig eklig. Alle drei Admiräle, ja. Oh, Mann, das wird was. Das wird was. Okay, dann mal los. Ach, es war klar, dass man zwischendurch nicht trifft. Autsch. So, aha, Moment mal. Soan sind sie ja gar nicht. Logia, ne? Tritt auch alle? Ja, Logia. Logia müssen das sein. Oh, ja. Das war effektiv. Einer ist, einer ist hops gegangen. So, Robin, kameran. Not. Steck. Oh, das war grundsätzlich. Oh, das war was. Hervorragend. Der kann jetzt mal das vertragen. Hervorragend. Schön schön. Ja, weiter geht's. Okay, das war schon zuvor. Ja? Hahaha, ich wollte es sehen. Oh, mein Gott. Es ist ein riesiger Körper mit einem riesigen Körper mit einem riesigen Schuss und einem riesigen Schuss. Als ich meine Schuss habe, das ist, wie ich. Ich bin ein bisschen davon ausgeführt. Ich bin ein wenig gegründet. Ich bin ein wenig zu tun. Ich kann mich nicht um dich zu schließen. Ich bin ein wenig zu dir. Aber ich bin ein wenig zu tun. Ich bin ein wenig zu sagen. Ich spürze ihn nicht an. Das war's für mich. Okay. I am going to kill you. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin ein bisschen ein wenig dafür. Ich weiß nicht, dass ich das Gefühl hatte. Ich bin so schön, Rimm. Ich mache dir das. Das ist eine große Sache. Lehm. Nein, 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 nein. Vielen Dank. Deine Arbeit ist hier. Nein! Lehm! Oh, das arme Kind. Was für ein Arschloch. Was für ein Arschloch. Was für ein Arschloch. Was für ein Arschloch. Ich bin der Fall. Ich habe keine возможности von einem neuen Guelles gedacht. Auch wenn ich jetzt noch mal hatte, etwas zu spüren. Was ist das für einen Mann dazu, wie es der Einsatz geboten? Und ich werde mich selbst behalten. Und das ist ein Gerät Punkt. Das ist dein Käst Lig. Das ist mein Effekt. Ich bin so ein Problem. Wenn du mich anstatt, hast du mich geholfen? Das ist ein Problem! Das ist ein Verständnis, Wussopp. Ich sage dir, dass du mich geholfen hast. Ich bin nur mein Leben. Ich bin nur mein Leben. Was ist ein Problem. Ich habe mich nicht so schrecklich. Das war's für mich. Oh, ja. Sie liebt ja. Sehr schön. Ein sehr liebes Mädchen. Nein! Sie haben alle ja schon selbst verletzten. Sie haben es nicht so viele? Sie sind natürlich ein Mensch. Sie haben es keine Ahnung. Sie haben einen Liebes kingdom. zufrieden dass der historie da war und muss immer nie immer noch gar nicht adios kann adio nicht kuschka nena martin denn die mutterin radio nach oben jetzt jetzt ist feierabend Der kriegt erst mal aufs Maul. Ah, was kommt jetzt? Och Gott, wir latschen? Och nein! Geh zum Südstrand, ja. Und hundertprozentig geht die Schnellreise nicht. Ja, das war ja so klar. Ja, es war klar, dass das nicht geht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh! Ah, interessant. Geht aber nicht. Gut, gut. Naja, dann Party schmeißen und los geht's. Aber die ganzen kleinen Filmchen, muss ich sagen, war jetzt echt sehr spannend gewesen. Das war echt gut. So, ja, dann laufen wir mal. Ja, dann laufen wir mal. Ah, ja, da ist natürlich klar, dass er dann alles vernichten will von der Marine. Oh, da müssen wir echt den ganzen Weg jetzt laufen. Oh, ist das ätzend. Dann will ich wenigstens kurz mal die Nebenmissionsgeschichte jetzt hier machen. Gehen wir mal ein paar Würfel ab. Ja, ja, Würfel, Würfel, Würfel hier, Würfel da. So, das war Mission Nummer 11 gewesen, jetzt kommt Mission Nummer 12. Dasselbe nochmal, wir haben genug Würfel. Da steht mir wieder immer dasselbe. Oh, die ist hier abzeichen. Oh. Na, haben wir genug? Ne, Nummer 14 auch noch. Oh, manne, manne, mann. Und nochmal. Oh. Ja. Ja. 14, 15. Okay, wir haben genug. Wieder das nächste Mal 5 abgeben. Dann kommt Nummer 16. Haben wir auch. Wunderschön. Abgeben. Nummer 17. Ja, auch noch genug Würfel. Kommt wieder, ja, wir kommen wieder. Ja, haben wir auch. Sehr schön. Oh, Endsport. Das war was Neues. Aha, und? Also es gibt noch welche. Das ist schön. Gut. Was gab's denn? Warford. Aha. SP-Auto wiederherrschung 105. Mhm. Oh, die ist hier abzeichen. 2000 Angriff. Einfach nur mal so. Oh, gut. Ja. Leider nicht. Aber. Oh, guck mal. Wir können es auch ihr geben einfach. Fast. Ja. Leider nicht. Nur hat sie ein bisschen mehr Power. Ja, der. Ja, der muss auch noch mal gemacht werden. Das ist ja nicht so wichtig da. Oder bei ihr. Komm, wir müssen das nur verstärken. Denn, ja, ja. Das machen wir dann mal in Ruhe. Gut. Kurz mal Neemissung gemacht. War dann in Ordnung. Und laufen. Laufen, laufen, laufen. Guck. Du bist dann auf, oder? Du bist dann hierher, wo er wieder lang in Ruhe. Du bist dann hierher. Du bist dann mit einer anderen assigned. Der kann sie vielleicht noch nicht. Du bist dann dabei. Was er denn da mit einem einem Schlaupt? Dann kommt erinnert an. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Das war's für mich. Ich finde es gerade interessant, dass man jetzt laufen konnte und echt kein Monster in der Nähe war. Kein Kampf. Er hat auch schon was. Ich finde es aber auch schade, dass man von Anfang an nichts mit dem Schiff machen konnte oder mit dem kleinen U-Boot, was man auf dem Schiff hat. Echt schade eigentlich, weil ich hätte echt gedacht, dass man, wo man das mit der Cola gemacht hat, dass man dann endlich zum Schiff hingeht, dass sich das kleine U-Boot sich nimmt und dann halt mal unter Wasser ein bisschen was machen kann. Das wäre echt noch ein schönes Feature gewesen, aber nö. Wäre auch zu viel des Guten. Weil dann hätten die Leute ja Spaß dran und das geht ja nicht. Ich meine, man kann ja die Leute nicht zufriedenstellen und dann haben sie Spaß am Spiel. Das geht nicht. Nein, 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 nein. So was darf man nicht machen. So, speichern. Dann bauen wir das Arm nochmal um. Da wird sich nochmal anders stehen. So. Ja, passt ja. Okay, los geht's. Er ist hier. Adio ist da vorne. Wie sieht der Plan aus? Es gibt... Es gibt noch den göttlichen Hauf. Weiter gehen. Ich zerstöre es. Los geht's. Wir finden Adio und holen den zurück. Ja, das machen wir. Ja, das machen wir. Sag, bleib. Oh! Du, 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 du kennst, psychisch. Du, du, du! Aha, das ist wirklich lecker. Lüfi. Das hat die Rim der Film kreies gemacht. Das ist ein Rimm. Das ist so, was ich. Na, beginntest du. Es ist das alles. Ich weiß nicht, dass ich das schwach. Dittesstufer, was du. Rimm, du hast gesagt, dass du bist, deine Familie. Das ist nicht nur eine Familie. Ich bin der wirkliche Familie. Sie sind alle. Rimm, du bist, bis ich bis zu der Sonne ist, nur ein Koma. Was ist das Koma? Du bist, dass du in diesem Land bist, ich konnte den Sonne sein. Das war's für mich. Du bist auch der Freundin. Das ist der Verzweiflung. Ich werde dich als ein. Bisschen! Du wirst dich! Übrigens, wo zwischendurch in der Geschichte immer Limrude Haugen hatte und so die Geheimnis verschimmelbar war. Das war dann also eigentlich alles Audio gewesen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Weil das, ja, ergibt dann jetzt auch Sinn. Er hat seine Ergreifungsfrucht gemacht und ja, hat sie dann kontrolliert. Echt übel. So. Der göttliche Haut an... Der göttliche Haut an... Na dann wollen wir erstmal... Wärmen wir uns auf. Hör. Okay, das war das gut. Da ist doch gut. Na, was wir in dieser Lage? Sehr schön. Ja, so, jetzt geht's los. Ah, fast tot. Ah, was kommt denn jetzt? Oh oh. Au. Wahnsinn. Oh, okay. Mist. Okay, erst mal wiederbeleben. Da. Oh nein. Dann hau mal zu. Oh, fast tot. Na, na, nein. Nicht schon wieder. Na, jetzt hätten wir ein Tonal gekriegt. Oh Gott, wenn er das die ganze Zeit macht, dann bin ich gleich tot. Alter, Falter. So, jetzt mal gucken. Er weckt vollständig wieder, ja, das kriegt mir auch nichts. Er hört den Angriff danach. Also, sowas für alle wiederbeleben gibt es jetzt hier nicht, ne? Ne. Okay, also immer nur einen. So, Nami. Wiederbeleben. Ah, macht er nur Schussschritt um sich, das kann er ja gerne machen. So, jetzt machen wir erst mal heilen. Alle Verbündeten. Wunderbar. So, das kam gut. Konnte nicht kontrolliert werden, auch gut. So, Tana Wirbel, das kennen wir ja schon. Hat er ja gerade schon gemacht. So. Wo ist wir drinnen? Wir leben da. So. Na, nur mal Langgriff. Können wir bestimmt ab. Ja. Völlig in Ordnung. Okay, dann machen wir einmal das Beste hier. Sehr gut. Das war aber hundertprozentig noch nicht alles. Oh, was kommt denn jetzt? Oh, was kommt denn jetzt? Oh, krass. Oh, was kommt denn jetzt? No. Oh, was kommt denn jetzt? Oh, was kommt denn jetzt? Los geht's! Was ist das? Was ist das? Du bist so schrecklich? Das ist aber nicht so, dass du dich aufhörst. Du bist so schrecklich. Ich bin ein bisschen, was du zu schrecklich. Ich bin ein bisschen. Du bist so schrecklich. Wie ist das, was du? Was ist das? Ich weiß nicht, aber du hast dich aufhörst. Das ist das? Dann wollen wir mal. Erstmal buffen wir uns. Was gibt's denn hier so Schönes? Ja, das, das hört sich sehr gut an. Genau das machen wir. So, alles klar. Eigentlich muss man ja nur ihn kaputt hauen. Eigentlich. Versuchen wir es mal. Oh, das war ja... Ah, gut, das war jetzt nur die Windmauer. Oh, das ganze Ding jetzt. Na, das war aber einfach. Also war tatsächlich nur die Mauer gewesen. Okay, cool. Dann machen wir das einmal. Nein, 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 nein. Oh, der hat ein bisschen mehr Leben. So, dann machen wir jetzt mal folgendes. Gibt's noch einen Angriffs-Buff hier. Erhöht Angriff drei Runden lang um 30%. Garantie, Krische-Trofe nur in der nächsten Runde. Ähm... Was haben wir denn hier? Verteidigung haben wir ja schon. Angriff 29, also dann war das mit 30 echt das höchste wahrscheinlich. Wo ist denn das jetzt da? Da. Nur einmal, aber es ist ja kein Problem. So, jetzt kriegt er das. So, jetzt als nächstes das ist ein kritischer Treffer. So, jetzt kriegst du erstmal so richtig eine reingebraten. 56.000 Schaden. Also, 56.000 Schaden angriffen. Da bin ich mal jetzt gespannt. Dann los. Und jetzt. Na, wie viel? 31.000. Na, nett. Sehr nett. Oh nein! Noch ein bisschen Leben hat er. Normal Angriff, na, nee. Ähm... Wir haben... Ja, komm, Brooke, du machst jetzt den letzten Hieb. Neue Welt? Nee, das da. Hervorragend! Göttlicher Hauf besiegt. Sehr schön. Ui! Das gab auch eine nette Eklusion. Ach, was kommt denn jetzt? Ach so. Was ist der Rest davon? Bis zum nächsten Mal. Das ist noch nicht. Ich habe noch keine Hand. In diesem Weltraum gibt es noch keine Heiligen Geist. Wenn ich ihn wiederholt, werde ich wieder wiederholen. Der Saniy ist危险. Ich bin hier. Ich habe alle Saniy. Das war's für heute. das kannst du vergessen ich werde jetzt wieder einmal die Rezog, aber ich werde auch die Rezog, die Rezog, die Rezog und die Rezog werden. Und dann werde ich die Rezog, dann werde ich nicht so, wie ich ihn. Ich bin der Lefie, ich bin der Lefie. Ich weiß nicht, was ich nicht weiß. Ihr habt auch keinen Mann. Ihr könnt euch die Freiheit und ihr habt auch die Freiheit. Ihr könnt euch nicht sein, was ihr? Was hast du gesagt? Ich habe auch gesagt, dass ich auch die Welt verletzte. Ich denke, es ist nicht so, dass ich mich selbst verletze. Ich denke, ich hab es nicht so, dass ich mich selbst verletze. Nein, bestimmt nicht. Nun geht's los. Ich habe alles in diesem Wettbewerb. Ich werde den Wettbewerb. Ich werde die Welt mit den Wettbewerb. Der Vorteil derいる Welt zu den Fettbewerb hat, vara mit derrenke Zeit zu übermauen. Das Arm gehörte der Welt zu den Fettbewerb. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich habe mich schon gesehen. Ich glaube, dass ich mich nicht verletze. Ich habe mich nicht verletzt. Der ist nicht so gut, dass du den Begriff hast. Du hast dich nicht mehr als Familie gesagt. Du hast dich nicht mehr gesagt. Du hast dich nicht mehr verletzt. Ich glaube, du hast dich nicht mehr gehört. Du hast dich nicht mehr verletzt. ja jetzt geht's los hier ja g4 ja natürlich und los geht's ja 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 nette explosion schön ja 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 theoretisch müssen sie eigentlich blutverschmiert sein aber na ja Das war's für heute. der war von verraten Das war's für mich. Das war's für heute. Ich bin bereit, Fifi. Ich bin bereit, Fifi. Ich bin bereit, dass ich mich auf der Flüge verabschiede bin. Nur, wenn ich etwas nicht weggehe. Es ist gefährlich. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Rimm! Ich bin bereit. Die kann da raus. Die Kugel sind nicht so weit weggebracht worden. Die Kugel sind nicht die Licht. Das ist wirklich? Das war gut, Rimm! Entschuldigung. Du bist Rimm. Du bist der Kugel. Du bist dein Kopie. Das war mich. Das war mir. Du bist der Kugel zu sehen, ist das du sein? Das war mir. Das war mir. Das war mir für mich. Aber du bist. Das war mir, Herr Weibert. Ich habe mich nicht mehr als ein, was ich zu tun. Ich habe mich nicht mehr als ein, was ich zu tun. Ich glaube, das ist das, was ich zu tun. Aber ich habe mich nicht mehr als die Kraft von mir geblieben. Ich habe den Wunschwunsch mit den Wunschwunsch gelegt, dass ich das Leben und die Welt verletzten, die ich in der Welt verletzten. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr so fühle, dass ich nicht mehr so fühle. Ich habe mich, dass ich das KIND nicht verletze, was ich nicht verletze. Ja, das ist doch nicht wahr. You und dein Geist, dass du dich aufhören hast! Du hast gewusst, dass du dich von Rimm nicht aufhören hast. Ich glaube, du kannst dich nicht mehr auswählen. Also, ich habe eine Chance. Das war's für mich. Das ist ein Mann, Monke-Dilphi. Das ist mein Mann. Ich werde mich überlegen, wenn ich mich überlegen, wenn ich mich überlegen, wenn ich mich überlegen. Was ist das? Was ist denn? Hey, Adio! Waffledo, ich habe mich geholfen. Das ist mein Land der Familie. Hey, Adio! Hey! Ah, was kommt jetzt? Diese Hände sind Rimm! Es ist nicht so, was ich nicht. Was ist das? Das war's für heute. Vielen Dank für's Zuschauen! Das ist eine große Herausforderung. Okay, was kommt jetzt noch? Mehrere Tage nach dem Kampf gegen Ario. Hahahaha Hahahaha Na, was kommt jetzt? Und? Sobald Schatz kommt, ist sie dabei. Eiskalt. Okay, interessant. Ich glaube, das ist nicht alles. Reisevorbereitung. Sprich mit Lim. Ja. Also eigentlich muss ich ja sagen, wäre das Spiel jetzt vorbei. Theoretisch. Aber man hat ja alles gemacht. Mehr oder weniger. Aber interessant, man kann sogar noch bei ihr noch eine Nebenquest machen. Ha! Naja. Ups. Ziel. Ah, Odysseering. Okay. Na, und wie gut ist der jetzt? Auf tausend Verteidigungen, auch gut. Ja, alles klar. Ich würde sagen, erstmal Pause. Schweichern wir erstmal. Und dann gucken wir uns beim nächsten Mal an, was da wirklich noch passiert. Also, das Rote ist ja wirklich noch eigentlich Hauptgeschichte. Also, ja. Lass uns mal überraschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.